Alan, wir haben es vor kurzem besprochen und da habe ich dich gefragt, warum du immer so freundlich lächelst und du hast gesagt, ich habe hier eine supergeile Zeit, ich genieße das total, warum soll ich nicht willig sein? Welche Ereignen nimmst du mit aus Kiel? Superfans und Ostsehalle, Ostsehalle und jetzt wollen wir wissen, die Frage von Dominik, was man dann, 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 was man dann. Auf so einer Saisonabschlussfeier an Norwegen singen würde, lass uns mal einen Vortragern, was Norwegen ist. Okay, jedes Mal, ich mach's an Sie immer gern, Kuckoo, 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 Kuckoo. Kuckoo, 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 K